Bergdoktor-Star Monika Baumgartner trauert um ihre Mutter. Vor kurzem traf Monika Baumgartner ein schwerer Schicksalsschlag. Die Bergdoktor-Darstellerin musste sich für immer von ihrer geliebten Mutter verabschieden. Es war Monika Baumgartner immer ein Anliegen, dass es ihrer Mutter gut ging. Sie liebt ihre Mutter Gertrud über alles. Ihr Tod, von dem Schöne Woche nun berichtet, versetzt die Bergdoktor-Schauspielerin daher in tiefe Trauer.